Ein Rentner will sich von seiner Bank so lange eine jährliche Rente von 8.000 Euro auszahlen lassen, bis von seinen aktuellen 90.000 Euro noch 10.000 Euro übrig bleiben. Frage, wie viele Jahre kann er sich die Rente auszahlen lassen, wenn die Zinsen bei 2% liegen? Da es sich hier um Jahresrenten handelt, dürfen wir diese Formel einsetzen, wo hier ein Minus steht. Aber zuerst schreiben wir alles auf, was angegeben wird und was gefragt wird. Angegeben wird die Jahresrente 8.000 Euro. Angegeben wird auch das Startkapital, das sind diese 90.000 Euro. Angegeben wird ebenfalls das Endkapital, das sind diese 10.000 Euro. Und angegeben ist auch klein p, denn die Zinsen liegen ja bei 2%. Gefragt wird hier die Anzahl Jahre klein n. Berechnen wir zuerst den Zinsfaktor q, indem wir hier klein p durch 2 ersetzen. So finden wir q gleich 1 plus 2% und 1 plus 2 Hundertstel, das macht 1,02. Jetzt ersetzen wir in dieser Formel das cn durch 10.000, c0 durch 90.000, q da, da und da durch 1,02 und r da durch 8.000. Somit stoßen wir auf diese Gleichung, in der die unbekannte n da vorkommt und da auch nochmal vorkommt. Also werden wir hier ein bisschen anders arbeiten müssen als in den vorigen Übungen. Fragen wir zuerst den Taschenrechner, wie viel 8.000 geteilt durch diese Zahl macht. Bruch 8.000 geteilt durch 0,02. Das ergibt 400.000. Also ersetzen wir diesen Bruch durch 400.000, ist gemacht. Dann müssen wir aber diese Differenz zwischen Klammern setzen, denn diese Zahl 400.000 multipliziert das Ganze. Jetzt verteilen wir minus 400.000 auf diese Klammer und stoßen somit auf diese Rechnung. Diese 400.000 setzen wir links rüber, dann steht links 10.000 minus 400.000, also minus 390.000. Und hier rechts können wir diese Potenz 1,02 hoch n ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann 90.000 minus 400.000, also minus 310.000. Und so stoßen wir auf diese Gleichung. Hier brauchen wir nur noch durch minus 310.000 zu teilen. Somit erhalten wir diese Rechnung. Und diesen Bruch können wir natürlich noch vereinfachen. Dieser Bruch ergibt 39,31. Und somit haben wir diese Exponentialgleichung mit den 39,31. Da jetzt nur noch eine Potenz mit Hochzahl n links steht, können wir beidseitig einen Logarithmus einsetzen. Es kann der dekadische Logarithmus sein. Man darf aber auch den natürlichen Logarithmus einsetzen, der auf unserem Taschenrechner leichter zu bedienen ist. Also nehmen wir beidseitig den natürlichen Logarithmus, denn so kann dieser Exponent nach vorne, wo er dann multipliziert. Und somit ist diese Exponentialgleichung in eine gewöhnliche Gleichung verwandelt worden. Jetzt brauchen wir nur noch durch nn von 1,02 zu teilen und erhalten so, dass n gleich zu dieser Zahl ist. Zahl, die wir vom Taschenrechner ausrechnen lassen. Bruch, Ln von Bruch, 39, Kursortaste nach unten, 31, Kursortaste nach rechts, Klammer zu, Kursortaste nach unten, Ln von 1,02, Klammer schließen, ist, der Taschenrechner findet 11,59, Zahl, die wir hierhin übertragen, klein n beträgt also 11,59. Das heißt, der Rentner kann sich diese Rente während 11 Jahren auszahlen lassen, das 12. Jahr nicht mehr, denn würde er sich das 12. Jahr dieser Rente auch nochmal auszahlen lassen, dann würden weniger als 10.000 Euro übrig bleiben. Also 11 Jahre. Und die Aufgabe ist beendet.